Der Lieferumfang des schichtigen Messgeräts ET111S umfasst die Verpackung. Eine Tragetasche für das Gerät mit einem Clip zur Gürtelbefestigung. Eine ausführliche Bedienungsanleitung sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Die Bedienungsanleitung beinhaltet Sicherheitshinweise zu dem Gerät. Seine technischen Daten. Dann eine Beschreibung der Anwendung des Geräts. Eine Beschreibung der Funktionstasten und deren jeweiliger Belegung. Und eine Beschreibung des Kalibriervorgangs. Dann haben wir noch zwei Batterien des Types AAA. Beziehungsweise AAA. In der Tasche befindet sich das Gerät selbst. Mit einer praktischen Tragischlaufe versehen. Und ein Kalibrierset. Das Kalibrierset besteht aus zwei Metallscheiben. Einmal Ferrous für eisenhaltiges Metall. Einmal Non-Ferrous für nicht eisenhaltiges Metall. In dem Fall Aluminium. Und einer Kalibrierscheibe. Mit der Standarddicke 102 Mikrometer.